So, liebe Leute, Freunde, ja, ich kann da drauf stehen bleiben. Und sonstiges Gedöns, das mir hier zu luggelt auf dem Slagsi-Kanal. Ähm, ach, eben mal wieder ist alles perfekt nach Plan gelaufen. Schiebt mir gemütlich eine Pizza in den Ofen. Äh, äh, was passiert? So nach 20 Minuten um 190 Grad bei dritter Stufe, äh, oben und unten Beheizung. Ähm, ja, ähm, ich will die Pizza... Oh Gott, ich will die Pizza mit so einer Schaufel rausholen. Äh, was? Wie sind jetzt mir hier meine Väter abgestrullert? Ja, genau. Äh, äh, ich will die Pizza mit so einer Schaufel aus dem Fuck-You-Ofen rausholen. Nee, bricht das Ding nicht einfach mal in der Mitte durch. Matscht mir den ganzen Ofen voll Riesensauerei und... Also, die war fast flüssig, die Pizza. Ich hätte die... Oh, Slagsi! Ich hätte die gerade noch irgendwie so einen Strohhalm gebrauchen können, eine große Tasse und dann trinken können den Müll. Ehrlich, nie wieder so billig Pizzen, so vom Discounter. Nee, lieber gescheite Pizza dafür und ein paar Cent mehr ausgeben. Oh, wieder an der falschen Stelle gespart. So, den Mitteildrang hatte ich jetzt gerade mal und... Äh, wer noch so Pizza-Probleme hat oder lustige Geschichten, bitte schreibt sie mir doch als Kanal-Kommentar. Ich freue mich drauf. Ja, da darf auch wieder ein bisschen gespammt werden, gell? Clone-Shift. So, jetzt machen wir hier aber nochmal ein Safey. So, und wie in drei Teufels Namen soll ich jetzt hier rüberkommen? Okay, der gute alte... Oh, ich hab Angst und duck mich trick! Nein! Du Rattengetier! Na, so schiss du jetzt, kommst du jetzt doch nicht. Du quergeschissenes Arschloch! Ja? Verarsch mal wieder ein Schlagsi, ja? Ich bin dir auf deine Mütze gesprungen, du Harry-Potter-Verarme! Hallo? Ach so! Anscheinend geht's nicht anders. Ich muss hier ein Leben lassen. Beziehungsweise Federn lassen. Ha! So. Okay. Oh Gott. Na, Feuer! Feuer, fuck you, Müll! Ach, scheiß auf den Rotz! Einfach nur durch jetzt hier. Komm schon, Baby! Was bist denn du? Oh, vor lauter Schreck stürzt ich ab. Oh Gott. Ich nehm mir da mal so ein... Hey, jetzt kommen die Hero-Turtles! Ein paar starke Hero-Turtles mit. Flamethrower. Flamethrower. Für very poor people. Wait! What do we have here now? It's a Fireflower! It's so amazing! But my English sucks, dude! Bam! What the... F? Okay. Nein, ich habe keine Drogen genommen. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Ja, genau. El-Brillen-Cooper, was geht denn? Oh, jetzt habe ich es aber nicht auf deinen Dates geschafft. Schade. Dü-dü-dü-dü-dü-dü! So. Level 3 gezett. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Ja. Oh, thank you! Ja, da passiert nichts. Bums. Ihr wehe, meine Feder ist jetzt weg. Hat's da eben geblubbt? Unfair Texas? Hefted Deal mit Unfair Texas? Was? Mit unfairen Steuern? Seid ihr bescheuert? Okay. Die Grafik ist immer noch grottig. Nächster Level, Leute. Ist es? Nein, ist es kein Eis? Oh, Gott sei Dank. Ich habe eben schon wieder... Aber so Arschlöcher wieder. Aber so Arschlöcher wieder. Äh, ne Ficker. Habt ihr einen Spritz ab? Hey, ein Mini-Pipe. Und ich werde verfolgt. Alter, so ein Mini-Muffin. Glaubst du jetzt nicht? Ja, ich habe die Münze. Ja, ich habe Flügel. Glück ab. Cheetah Sluxy ist wieder unerwegs. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. So kann der Level doch laufen. Hey, oh, wey. Gut beendet. Ah, müssen wir gleich mal safen. Boah, Alter. Geplänkel gedöhnt es hier. Nein, der Wald. Ich will nicht, Mama. Hilfe. Ah. Ja. Oder so. Schöne Sache. Oh, Alter, hier fliegen guppel guppels aus der Kacke raus. Und ich wurde gebremst. Scheiße. Alter, Alter, wie sie sich hier hinter allem Müll verstecken. Ist ja nicht wahr. Hier mal einen safen. Oh nein, er hat ihn gefressen. Ich bin, ich bin flügellos. Ich bin flügellos. Oh, oh, sind wir. Ich will nicht. Stringen. Oh Gott, geschafft. Dö, 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 dö. Aua. Slaxi. Iiii. Macht ein Bundesgame. Na komm, bescheißt mich doch alle wieder. Ja, genau. Hoppein. Jetzt springe ich hier schno. Warte, 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 warte. Und. Iaau. Ach. Dass er die hier nicht fressen kann, die Leben ist ein bisschen unrealistisch. Aber okay. So. Oh Mann. Also das mit der Grafik, das ist echt schade, dass das so verkackt worden ist. Pff, pff, pff. Dillill. Ey, yo. Aber mal direkt, oder? Gebt mir doch keine Chance zu bescheißen, Leute. Oh. Was haben wir denn da oben? Oben. Ach. Eine Yoshi-Münze. Ich brech zusammen. Gib mir einen blauen Yoshi. Äh, äh. Ja, blauer Yoshi wäre eigentlich das Beste. Wäre sogar noch besser als ein blauer Cooper. Lalalalalalala. Das sieht aber halbzeit-technisch gut aus! Angst! Nein! Du verarschst mich hier nicht! Wey! Oh, ein Yoshi! Direkt mal der Abwurkeler gemacht! So, komm! Pfff! Aaaaaah! Schattendämmer rum! Was geht mit dir? Oh, komm! So kann's laufen, oder? Oh, du Ratte! Wo ist mein Yoshi? Mein Yoshi ist wieder weg! Haha! Naaaaaaah! Krise! Komm schon einfach nur noch weg hier! Jo, der war doch mal Stylo! Unbedingt mal einen Stave machen! Nein, da ist er ja wieder! Okay! Ey, sogar noch ein Upp! Ja, ich muss ja auch mal wieder einen Schniddibus machen! Ähhh! Okay! Bis zum nächsten Mal! Euer Sluxy! Tschüss!